Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge Nummer 28 von Graveyard Keeper. Das haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Wir haben einen Donnerstag, wir haben keinen vorgestellt und dann spielen wir Graveyard Keeper. Wir sind jetzt hier unterwegs, haben letztes Mal in der Kirche einen Gottesdienst abgehalten, haben da ein paar bisschen Glauben gekriegt zweimal und haben ja dann so ein paar Sachen noch gemacht, dass wir hofften, dass wir Geld kriegen, ist aber nicht gekommen. Ja und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen und das würde ich sagen, machen wir gleich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir mal. Ich würde jetzt auch erstmal sagen, nach so langer Zeit gucken wir erstmal ein bisschen, was hier Sache ist. Wir gehen mal zur Kirche. Ich erinnere mich, dass ich in dem Video eben, was ich nochmal geschaut habe, gesehen habe, dass wir da drei Geld brauchten, Silberstücke brauchten, um hier irgendwas zu machen. Ich glaube, draußen war das. Oh, was ist hier in der Lupe? Predigt Report. Besucher erhaltene Glaube. Spenden gesammelt in den Fehlgestern. Okay, das war also nichts. Dann schauen wir mal. Hier war das mit drei Euro. Ich glaube, bei Bürger könne ich die Siegel. Ne, das war es nicht. Bei Erlaubnis war es auch nicht. Dann war es rechtmäßiger Bürger. Ne, war es auch nicht. Dann... Ex-Erlaubnis. Auch jetzt nicht, ich habe das gekauft. Ich hätte hier auf jeden Fall vorhin... ...zurück. Ja, okay, dann ist das halt so. Wenn wir das jetzt gekauft haben, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das mit den drei Euro war. Den drei Silbertalern, weil die hatte ich nämlich auch irgendwo hier. Ich meine, es wäre hier gewesen. Königliches Siegel. 50. Bauerlaubnis 20. Da geht gar nichts. Rechtmäßiger Bürger. Da war das mit drei Silbertaler. Und jetzt pass mal auf, jetzt... ...haben wir das Inventar. Und wir haben eben die Dingens gekauft. Jetzt ist das meiste unseres Geldes flöten gegangen. Na, super. Das war jetzt nicht so toll, ne? Okay, dann ist das halt so. So, Ex-Erminierungsschicht hatten wir ja. Und... Ja, da ist hier zum Beispiel diese ganz schlechten Gräber. Da müssen wir dann mal gucken, ob wir das dann machen, dass wir da was rausholen, um das vielleicht wieder hinzukriegen, was wir da mal falsch gemacht haben. Aber, okay, das können wir jetzt nicht machen. So, die Möhren sind da. Es ist keine Leiche da. Ist auch gut. Warte mal, wie sieht unser Inventar aus? Ja, ein bisschen Platz hätten wir. Aber ich glaube, wir räumen erstmal das Inventar leer. Da ist die Kiste am Bett doch gefragt gewesen, glaube ich. Früher, na, wir hätten natürlich unten rum gehen können. Ich glaube, das war hier, wo wir das alles drin haben, ne? So, den Glauben. Packen wir rüber. Flüchtiges Gebet. Die sind doch beide da. Ich glaube mal zwei, okay. Die Rostchen lassen wir dann auch hier. Bratenes Fleisch. Kriegen wir Energie zurück, okay. Leitfaden für Geistliche. Müsste mal wissen, wie man den benutzt, ne? Ex-Millions-Erlaubnis. Die lasst dann mal gleich hier. Bestattungssuche kann ein Gastwirt verkauft werden. Ja, das machen wir jetzt als nächstes, denke ich mal. Gehen wir in den Keller. Da konnten wir noch nicht durch. Ah, guck mal, da ist unser Freund hier. Ich habe den Schlüssel immer noch nicht, ne? Da müssen wir noch mal drüber nachdenken, ne? Kann man hier was machen? Energie ist weg, aber dafür gab es hier einen von den Roten. Aber wir müssen ja die Blauen haben. Das ist ja das größte Problem, was wir haben, ne? So, jetzt sind wir im Dorf. Nein, in der Kiste gibt es nichts. Gehen wir erstmal zum Gastwirt, dem können wir die Plingens verkaufen. Den Siegel brauchen wir immer noch. So, das verkaufen wir mal für 1,50. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld hier. 1,97. Jetzt müssen wir noch einen ganzen dazu kriegen, ne? Da gibt es nichts für, fürs Holz. Dann verkaufe ich das dem auch nicht. Bitteschön, 30 Silber. Was hat sie hier zu erzählen noch? Du schon wieder. Ich habe ein paar Fragen. Das ist noch nicht freigeschaltet. Sei selbstsicherer. Ja, ich weiß nicht, was das hier ist, aber naja. Äh, können wir hier sehen mit, was... Du bist lieber mit meinem Ehemann, er sagt hier da. Was können wir bei ihr handeln? Rezept, Fisch, Delikte, Tast not lecker und gesund. Jetzt erstmal nichts interessantes. Hier unser Kapitän, was macht er mit? Der will ja, so ein Pech nicht heute, okay. Und was hat er hier? Tinte und Papier war das. Haben wir auch nicht. Da kann man nicht mit reden. Da kann man auch nicht mit reden. Hier komme ich nirgendwo hin. Achso, da muss man glaube ich von da oben rein. Ja, super. Danke. Wer ist denn das? Da kann ich aber nicht mit reden. Die Tür ist verschlossen. Dann bist du 30 bei Hohre 3 Cups. Da geht es auch nicht weiter. Da kann ich auch nicht weiter. Ist klar. Okay. Haben wir gerade darüber gesprochen, dass das nicht geht. Dann gehen wir hier mal raus. Schauen wir mal weiter, ne? Kann man mit sprechen? Nein, kann man nicht. So. Wir haben die Urkunde verkauft. Uns wäre die Frage, was wir als nächstes machen. Sprechen wir mal mit dem Schmied hier. Hat der was für uns? Okay, da können wir was verkaufen. Wir können aber auch kaufen. Chris Volt. Was haben wir hier mit? 10er. Ja, aber da kannst du nicht ganz viel Geld holen. Aber auf der anderen Seite ist das gerade das, wo ich sagen könnte, damit kriege ich meine drei Taler zusammen. Und ja. Gesamtpreis wäre das. Dann kriege ich 1,1. Das würde noch nicht reichen. Ja, das würde reichen. Achso, wenn ich jetzt das ganze Holz verkaufe, wie will es das? 148. Nee, das machen wir aber nicht. Machen wir mal so. Da haben wir 1,7. Dann müssten wir ja auf 3 kommen, oder? So, jetzt haben wir die 3. So, jetzt gehen wir wieder zurück und gucken zu, dass wir die 3 umeinander. Was sind das hier für Haufen? Waren die da schon immer? Ich weiß nicht. Es gab bestimmt auch Updates zwischendurch. Da müssen wir mal gucken, was daraus wird. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken zu, dass wir diese Oder hier, ja, ne? Nee, da oben. Dass wir die Geschichte bei der Kirche gerade einlösen und gucken, ob das geht. Herr ist weg. Schlange. Nee, hier nicht. Da oben müssen wir, ne? Da ging es zur Kirche. War das rechtmäßiger Bürger? Rechtmäßiger Bürger ist hier. Und Happiness kaufen. Königliche Dienste. Hier kriege ich jetzt den Passierschein. Und für 50 kann ich dann die Handelslizenz kriegen, oder was? Königliches Siegel. Okay, da brauche ich noch vor 50 dann. Bauurlaubnis waren die 20. Das war jetzt gerade bei Bürger, ne? Und rechtmäßiger Bürger ist noch die Handelslizenz. Da brauche ich 50 für. Und für Aristokrat kriege ich hier für 12 Kupfer. Wenn es denn Kupfer ist, kriege ich da das. Ja, sehr interessant. Ich weiß nicht, was das für eine Münze ist, die da fällig wäre. Guck mal hier rein. Was war das jetzt? Rechtmäßiger Bürgerzertifikat. Wofür brauche ich das? Benutzen, ausrüsten. Keine benutzen? Doch, kein Benutzen. Was war das jetzt hier? Leitfaden für Geistliche. Aha. Das ist ein Passierschein. Technologie, da ist doch ein blaues eben durchgegangen. Ah, da gab es fünf Stück hiervon, glaube ich. Ich hätte nur noch einen, ne? Aber hier sind jetzt keine Werte, die, wo ich weiß, dass ich, ne? Mit dem blauen kriege ich hier noch nichts. Aber vielleicht in anderen Feldern. Ne. schreiben, okay. Hier würde ich, das würde ich hinkriegen. Gefertigt an Tisch, Tisch und da würde ich da Blaupause Tisch kriegen. Okay, naja. Hier ist mit fünf, doch da unten, Insekten. Schmetterling, Motte und Biene. Ah, sammeln. Ich glaube, das machen wir. Die Motte, die kriegt ihr ja irgendwo. Wenn wir die sammeln können, dann kommen wir da weiter. Dann können wir einem da nämlich helfen. Dem Angler da irgendwo. Gut. Jetzt pass auf, hier ist nichts mit fünf. Hier unten wäre das gewesen, Porzellankoche oder Keramik. Das hätte mir nichts weitergebracht. Und hier waren Rezepte, die sowieso nicht. Das heißt, das hat gut geklappt, denke ich mal. Das ist nur der Passierschein. Wofür ist der? Das weiß ich noch nicht. Okay. Jetzt müssten wir ja Motten irgendwo sehen können, ne? Wahrscheinlich aber nur nachts, weil Motten kommen ja immer nachts, oder? Jetzt ist die Frage, wofür der Passierschein ist. Wir haben einen blauen Balken voll, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir den einsetzen können, den Passierschein, ne? Die Motten vor allem, wir kriegen, ah, er kommt schon wieder mit einer Leiche. Weizenfarm steht hier. Wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter, auch wenn die Leiche da ist. Der schiebt dir ja sowieso in den Keller. Wer ist hier zu Hause? Kann ich keinen von ansprechen, aber das ist die Gastwirtschaft, okay. Warte, hier unten war eine Schranke, da gehe ich jetzt erstmal hin. Du brauchst einen Passierschein. Jetzt kannst du in die Stadt gehen. Okay. Ich rede nochmal mit denen. Du brauchst einen Passierschein. Ne, brauche ich jetzt nicht mehr. Okay, ich hoffe, ich kann nicht nur einmal reingehen. Okay, was war das? Du bist tot. Warum bin ich gestorben? Oh, was ist gerade passiert? Ich glaube, ich bin noch am Leben und wieder zurück zu Hause. Unter diesen Umständen ist das nicht unbedingt gut. Saat, was war zur Hölle war das? Ich glaube, ich wurde auf dem Weg zur Stadt vom Blitz getroffen. Hm, ich habe das Gefühl, dein uralter mächtiger Zorn, komm mal schnell hier rüber. Scheint, als würde jemand oder etwas dich nicht in der Stadt haben wollen. Ich bin mir nicht sicher. Ja doch, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles viel Übel für dich endet, wenn du so weitermachst. Also, ich bin jetzt auch ein Schädelübel. Aber ich muss dorthin, ich muss die magischen Gegenstände finden, ich muss zurück nach Hause. Ich bin ein bisschen beleidigt, dass du versucht, mich zu verlassen. Aber weil ich von deinem Freund bin, schlage ich vor, dass du dich mit Schlange im Kirchenkeller unterhältst. Ich glaube, er kann diese Gegenstände für dich finden. Er ist ein ziemlich geschickter Schurke. Du kennst Schlange? Ich rede ständig mit ihm. Ich verstecke mich in einem Haufen von Schädeln und wir quatschen. Er glaubt, dass ich seine innere Stimme nehme. Das hilft er mir alles. Hat er dir irgendwas Interessantes erzählt? Als seine innere Stimme finde ich es höchst unpassend, dir das zu erzählen. In Ordnung, ich rede mit Schlange. Vielleicht kann er ja helfen. Neue Aufgabe. Okay. Gut. Ja, leider. Rechtmäßiger Bürgerzertifikat. Weiß ich auch noch nicht, wofür ich das brauche. In der Stadt darf ich nicht, sozusagen. Holz Reparatur Werkzeug. Ist hier noch was? Geschichte. Warte mal, wenn ich das rübernehme, dann auf das gehe und dann den Tab drücke, kann ich dann die Geschichte rechts klicken? Ne, kann ich nur zerstören. Rechtmäßiger Bürger kann ich auch nicht. Also bringt mir das hier. Hat nichts. Dann kann ich das auch in der Truhe tun. Ne, zerstören will ich das nicht. Dann wächst wieder eine Truhe. Ich weiß zwar nicht, wofür die Geschichte gut ist, aber schauen wir mal. Flüchtiges Gebet. Ja, hat man nicht genutzt. Rechtmäßiger Bürger weiß ich auch noch nicht. Können wir hier irgendwas zu essen machen? Salz fehlt da. Und da fehlt Brot. Gutes Fischfilet. Okay. Brach, Brachse ist es. Okay. Das sieht so aus wie das, was der Pope da will. Da kann ich immer nur eins von machen. Hier ist der Fisch drauf. Aber das ist es nicht. Da ist auch nichts bei. Und das ist hier so leckeres, kleines Zeug. Karottenschnitzel. Karottenschnitzel. Die braten wir jetzt da erstmal. Aber das gute Fischfilet kriege ich jetzt auch nicht fertig. Ach, guck mal. Das hat jetzt den Stern. Das heißt, ich muss diesen komischen Fisch haben. Vier Stück davon. Aber es regnet. Weiß nicht, ob das gut für Angler ist oder schlecht. Jetzt weiß ich gar nicht. Brauche ich eine Angel oder brauche ich keine mehr? Schon so lange her, ne? Hier ist ein Seil. Ja, keine Ahnung, ob ich eine Angel brauche. Okay. Wir gehen mal an die Angelstelle noch schnell und gucken da nochmal nach, ob das geht. Müssen wir noch drei von diesen Fischen haben, ne? Hier war die Angelstelle, glaube ich, wo es das gab, ne? Ich weiß aber nicht. Vielleicht muss ich eine Angel mitbringen. Kann sein. Nee. Wollen wir mal hoffen, ne? Das andere Mal schwierig, ne? Ich habe einen Grundling. Den brauche ich nicht. Das ist die Frage, wo muss ich hin? da werde ich nichts fangen. Da werde ich nichts fangen. Okay, das ist schon mal weiter, auf jeden Fall, ne? ist das auch wieder ein Grünling? Ne, ist auch wieder ein Grünling. Gucken wir mal kurz. Keine Ahnung, ob das richtig ist oder falsch ist. wahrscheinlich wieder ein Grünling, ne? Genau so ist es. Das ist den zweiten Fisch gucken, der besser ist. Hm. Das ist auf jeden Fall ein anderer. Das ist die Brachse. Die brauchen wir noch. Und da brauchen wir vier Stück, glaube ich, von, ne? Zwei haben wir dann. Ja, gleich ist er weg. Okay, das ist der dritte. Dann haben wir auch noch einen. Ich glaube, dann sind das auch vier, ne? Dann haben wir vier Fischfilets für den Popen. Das war aber der falsche Fisch. Komm, einer muss noch. Aber da habe ich was falsch gemacht. Okay. Auf ein neues. Das war zu spät oder was? Ja, das ist der vierte. Okay, das bedeutet, wir haben drei davon. Einen haben wir schon. Dann sollte das klappen. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir uns wieder zurück zum Nachhause und dann gucken wir mal zu, dass wir die Fische dann fertig machen. Und ja, das machen wir alles in der nächsten Folge, denke ich mal. Ihr könnt in der Zwischenzeit ja schon mal ein anderes Video gucken. Ich laufe zurück und speichere dann ab und wir sehen uns in der nächsten Folge von diesem Spiel dann. Ich sage mal, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir jetzt das nächste Video. Leider gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.